Das ist, äh, beängstigend. Weiß nicht mal, ob ich hier richtig bin. Hm, egal, wir gehen mal hoch. Gott, wenn das hier schon so eine tolle Bonus-Episode ist, wie wird dann die zweite... ...wird die denn noch schlimmer? Ich hab jetzt schon Angst. Das mein ich ernst. Können wir nicht einfach alle in Frieden leben? Oh, Memory. Halt! Was ist Hand? Ich mag das Wort nicht, aber ist mir egal. Hä? Passt schon. Ich hab irgendwie das Gefühl, ich werde gleich gejagt. Hey, was hast du vor? Das ist doch meine Hälfte vom Bett. Was? Ach so, oh, 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 oh. Ist ja meine Hälfte vom Bett. Uh, 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 uh. Was der Ellen da wohl vorhat. Der kleine, schwere Nü... Ja, und jetzt? Nee, ich muss da hin. Ach so! Ach so! Ich hab dich so satt! Ich hab dich so satt! Ja, ich hab dich so satt! Climb, climb ist gut. Immer mal hoch da! Wer stöhnt? Recharge! Brauch ich eigentlich nicht. Noch ne bessere! Ja, moin Sen! Oh, yeah! Okay, jetzt soll ich hier hin? Oh, das Geräusch bleibt, dass es mir das Gute ist. Was? Nein, tut es nicht. Da muss ich ihm recht geben. Und das Schlimme ist, ich kann nicht mal genau sagen, woher es kommt. Und das Schlimme ist, ich kann nicht mal sagen, woher es kommt. So! Mein Gott! Redbox! Das Revolver ist voll gut. Ich krieg hier noch Zustände bei diesem Spiel. Ja, und jetzt? Wo muss ich hin? Ich würde sagen, ich geh durch diese Tür. Und trete sie ein! Und jetzt? So Mein Gott Margot Ich weiß, meine Sprüche wiederholen sich, aber Ich kann ja nichts anderes dazu sagen Wenn hier so viel Mist passiert Honolulu Nicht mehr Halleluja Halleluja ist vorbei Jetzt Honolulu Boah Ach, Allergien Jetzt hör aber auf Redbox Nehmen wir auch noch mit Okay, bis auf das Ich bin Ja, natürlich muss er in dem Augenblick nachladen. Oh, mein Gott. Ellen, ich weiß, ich steuere dich, aber du fängst an mich aufzuregen. Ich mach alles von hier oben. Oh, das ist schnell. Du musst doch rennen, Ellen. Ich muss rennen? Ich weiß ja nicht... Ich weiß ja nicht mal, wie ich dann da raufkomme. Weil Mr. Ellen kann ja nicht so hoch springen. Aber vielleicht muss ich das ja erstmal umschmeißen. Ah, natürlich! Also rennen können wir. Okay, atme tief durch. Denn jetzt darfst du laufen. Halt die Klappe, Barry. Oh, kein Faf. Ha! Jetzt habe ich meine letzte Leuchtpistole verballert. Ich weiß nicht, ob das zu vorteilhaft war. Naja. Memory. Hey, Liebster. Komm her. Ich habe etwas für dich. Oh. Ich hoffte nur, dass es alles gut ging. Keine Ahnung, was passiert war, nachdem sie den dunklen Ort verließ. Zane? Sind Sie das? Wo muss ich jetzt? Ja, ich muss da rein. Okay. Wünsch mir Glück. Gironimo! Hey, bleib genau so. Das sah gut aus. So? Ja, aber mehr lächeln. Nein, nicht so doll. Eher geheimnisvoll. Vielleicht etwas rau. Hä? Du weißt doch, wie die Leute auf harte Typen stehen. Was? Ich bin nicht gefährlich. Ach, komm schon. Du schreibst dauernd verschwinden Sachen. Ich gehe einfach weiter. Wo? Wo? Du tötest Krise in dem Boot. Du musst wie ein Mörder aussehen. Sehr gut. Mach das nochmal. Du siehst du. Und? Ähm, ja. Toll. Jetzt bin ich in meinem eigenen, äh, Aparten aus dem Schrank. Ich wusste schon immer, dass Schränke irgendwo in andere Dimensionen führen. Ich habe keine Ahnung, wie viel ich habe. Ich habe auf jeden Fall viel zu wenig. Was ist er denn? Der Hobbytaucher. Ja, da ist Wader. Ist ja gut. Bäh. Alan, Sie haben es geschafft. Dieser Bereich des dunklen Orts ist im Moment ruhiger. Wir können hier reden, aber wir haben nicht viel Zeit. Zane, wie komme ich hier raus? Den müssen Sie ins Raum besehen. Das sind Sie, selbst jetzt. Dunkelheit. Die Dunkelheit kam. Schwenkte ihn fort. Verloren. Er wusste es. Er wusste es. Er hielt es nicht aus. Es gab keinen Ausweg. Nein, ich bin hier. Sehr gut. Das bin ich nicht. Das ist nur ein Echo. Eine Halluzination. Das Dunkel. Das Dunkel ist nicht dafür verantwortlich. Sie lassen das geschehen. Sie sind in Ihren Albträumen gefangen. Sie kämpfen gegen sich selbst. Also bin ich hier mein eigener Endgegner. Wake verstand es nicht. Er würde es nie schaffen. Er würde nie aufwachen. Die steigende Flut des Dunkels würde ihn verschlingen. Sie kam. Sie kam. Sei still. Nein, ich bin hier. Nein, ich bin hier. Weggeschwemmt. Von anschwellendem Wahnsinn. Wake spürte den Druck an seinem Verstand nagen. So schlimm war das aber nicht. Es war in ihn. Er spürte es. Er wusste, die Stimme sagte die Wahrheit. Nur, das Denken war zu schwer. Er verstand es nicht. Kann ich den Fernseher nicht einfach rausschalten oder kaputt schießen? Einfach loslassen. Oh Gott, wo bin ich denn jetzt schon wieder gelandet? Oh Gott, wo bin ich denn? Wie viele... Oh, das... Blöder Fernseher! Oh, was ist denn? Ja, ich hing ja auch fest irgendwo in einem Regal. Da konnte ich ja nicht mehr weg. Meine Güte, jetzt fährt das Spiel aber nochmal alles auf. Mann, 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 Mann. Okay, ich habe drei Stück. Gibt es hier auch einen normalen Weg runter? Nee, das heißt, ich muss springen. Okay, ich bin jetzt hier auch noch ein paar Jahre alt. Okay, ich bin jetzt hier auch ein paar Jahre alt. Okay, ich bin jetzt hier auch ein paar Jahre alt. Okay, ich bin jetzt hier auch ein paar Jahre alt. Okay, ich bin jetzt hier auch ein paar Jahre alt. Okay, ich bin jetzt hier auch ein paar Jahre alt. Okay, ich bin jetzt hier auch ein paar Jahre alt. Okay, ich bin jetzt hier auch ein paar Jahre alt. Okay, ich bin jetzt hier auch ein paar Jahre alt. Okay, ich bin jetzt hier auch ein paar Jahre alt. Okay, ich bin jetzt hier auch ein paar Jahre alt. Okay, ich bin jetzt hier auch ein paar Jahre alt. Okay, ich bin jetzt hier auch ein paar Jahre alt. Oh, meine Fresse! Was brennt? Schneller! Noch schneller! Naja, zumindest... Soll ich damit Jagd-Gefähre? Oh, was haben wir denn da? Ach so, warte! So, nach und nach! Ich glaub ich muss näher ran! Autsch! Ach nö! Nicht hier schon wieder! Oh, Ellen! Ich hab gleich keine Munition mehr! Ich hab gleich nichts mehr! Und da ist auch noch hinten! Ach so, ich dachte grad am Ende ins Treppe! Und wo kommst du jetzt schon wieder weg? Und da spawnen die immer wieder, wenn ich sie probiere! Kann ja auch durchaus sein! Kann ja auch durchaus sein! Ich hab noch ein Wort! Hab ich's geschafft! Gott dammit! Oh, ich krieg noch Sachen! Das ist kein gutes Zeichen! Oh! 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 Geht's nie kaputt! Nein! Fernseher, du bleibst da! Moin, Erd. Zu laut, zu laut. Ich kann nicht denken. Es ist in meinem Hören. Ich wieg's dir auch. Ach ne, nicht du. Im Ernst, Wayne. Ich bitte, dieser Fahne. Okay, dieses DLC... Warum passiert das mit mir? Äh, okay, es gibt doch noch... Nein, Hartmann, ich komme nicht raus. Ich komme nicht raus. Ich, ich muss hier raus. Nein, 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 oh, wie komme ich hier raus, komme ich hier raus. Okay, das war die erste Bonus-DLC. Teilweise, äh, nervig, weil so viele Gegner. Teilweise aber auch echt gruseliger als das Hauptspiel, muss man sagen. Oh, ne Flachs ist wirklich so. Ja, jetzt haben wir noch eine Bonus-Episode vor uns und dann haben wir sämtliches von diesem Spiel durch. Hoffen wir mal, dass das zweite nicht ganz so nervenzerfetzend wird. Tut mir leid, wenn ich manchmal ein bisschen ungehalten gewirkt habe, das war nicht in meiner Absicht. Aber wie zum Beispiel diese Ebene da mit diesen ganzen Wörtern, da hab ich nur gedacht, boah, ist das euer Ernst? Aber gut, erst haben einem die Worte mal geholfen, dann auf einmal, waaah! Also, boah, meine Herren. Egal. Auf ins Zweite! Also, weiter. Danke! marier